Yo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft. Erstmal die letzte in der 1.3 wahrscheinlich, weil die Insel ist ja sozusagen fertig. Jetzt werden hier noch ein paar Feinheiten dran verbessert. Mevin kann seine Treppe von unten nach oben bauen, dass hier Gras hinkommt. Wolltest du das jetzt echt machen? Ja natürlich, du wolltest das machen, dann machst du das auch. Und ich guck mir die Insel jetzt gerade nochmal von unten an. Warum kann ich nicht in dieses Boot einsteigen? Ich traue mich da tatsächlich aber auch nicht mehr runter ohne ein Boot. Von daher... Ach komm schon. Junge, du willst mich doch scammen. Egal, dann warten wir auf das nächste wieder. Da kommt's. Ich kann es nicht anklicken, weil es in der fucking Luft schwebt, man. So, jetzt aber. Dann schweben wir halt mit in der Luft. Äh... Die Insel sieht sehr unnatürlich aus. Wirklich, sieh sehr. Hab ich einen wunderschönen Job gemacht. Ich glaube, ich muss einfach von unten mehr Steinen dran packen. Okay. Ja. Das wird natürlich jetzt Aids. Aber ist ja egal. Das kennen wir ja schon, ne? Mach mal nicht das Eis kaputt, du hässlicher. Ja. Nein. Doch. Nein. Ja, was willst du da dagegen machen? Ich kann es eben machen. Slash 1 mal Pi hier. 083. Scheiße. Gab's die Comments damals noch nicht. Hm. 1 2 3 1 0 5 Wie ging der Scheiß nochmal mit Fackeln, gell? Ja, du musst ja keine Fackeln, also doch. Vielleicht schon, man weiß es nicht. Du hast trotzdem einfach, oder? Einfach einfach machen, ja. Ja, vielleicht kann da kein Gras mehr drauf wachsen, wenn da Dings drauf ist. Keine Fackel. Wenn da eine Fackel drauf ist. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber das hat man noch so mit Fackeln gemacht, dachte ich immer. In neueren Versionen wahrscheinlich, weil es halt Licht braucht zum Wachsen. Macht ja Sinn, aber kann auch sein, dass es halt unlogisch ist damals. Ja, was soll ich jetzt machen? Digga, ich habe doch selber gesagt, ich weiß es nicht. Ja, sag du, du bist doch hier der Minecraft-Profi. Ich hab gesagt, du sollst deine Schnauze halten. Mach einfach mit, Fackeln, wenn es nicht funktioniert, nicht mein Pech. Man wird ja wohl sehen, bis zu welchem Punkt halt dann Gras gewachsen ist. Und wenn es bis zu der Fackel ist, dann werden wir es ja wissen. Ist ja jetzt nicht so schwer. nur diese Leute, die weniger Logik verstehen als ein Schulabbrecher. Ah. Neu. So. Neu, das wird 10 Jahre brauchen. Was? Dass das da hochwächst. Ich stelle mich gleich einfach nach der Aufnahme AFK mit dem zweiten Account hin und dann, also ich meine mit dem zweiten Account von jemand anderem. Und dann wächst das einfach hoch, wenn ich das Video rendere. Ich brauche Erde. Und ich brauche noch mehr Stein. Glaube ich. Gut, dass da Wasser ist. Drop mal Erde, du bist auf den Boden. Ja, so ging das auf jeden Fall nicht. What the fuck, Alter. Oder? Na klar, so ging das, glaube ich. Hm. Egal, ich sage es jetzt einfach, ich sage jetzt einfach mal nichts dagegen, weil ich es selber nicht besser weiß. Ach, ich google kurz mit meinem Handy. In irgendeiner Minecraft-Version geht das bestimmt so, aber ich habe halt keine Ahnung von dem jetzt gerade. Ich habe mal irgendein Modpack gespielt, da funktioniert es so. Hm, das spricht ja nicht unbedingt gerade dafür. Das könnte halt sonst gehen. Mit Skill. Soll, Game Mode 1. Komm, wir Mode 1. Hm. Eigentlich reicht das von mir auch so aus. Oh, ups. Na, das sieht noch alles sehr unnatürlich aus. Warum findet man dazu nichts? Weil es ein komisches Fehler ist. Dann. Äh, so. Quill. Jo. Sieht auf jeden Fall mega scheiße aus, die Insel, aber das Snipe halt auch ein hässlicher Junkie. Okay, lass mir das. Junkie. Hab wirklich, Jungs. Junge Minecraft-Analyse, Grasblock und Erde. Das Video. Hört sich nach einem guten und interessanten Video an, Körper. So. Schwimmboot. Schwimmboot. Verstehe ich nicht. Verstehe ich ehrlich nicht, wie ich das machen will. Will ich da einen Überschuss an Dreck lassen? Ist das normal? Ich glaube eigentlich nicht. Das hängt, glaube ich, scheiße aus. Ich hoffe einfach mal, dass das so funktioniert. Joa. Tatsächlich bin ich, glaube ich, fertig. Muss halt wirklich nur noch Gras wachsen. Hast du noch mehr Erde in deinem Inventar? Ein Stack noch, aber ich brauche es ja um hochzukommen. Nee, dann nimm das Boot. Das funktioniert doch gerade alles. Das ist jetzt schon fünfmal wieder hoch und runter geschwommen. Ja, ich kann trotzdem nicht gleich Erde geben. Also, wir sehen ja morgen oder so, ob es funktioniert hat. Und ich sehe das gleich schon. Ja, weil du keine Hobbys hast. Weil dein Mann hat kein Hobby. Warum stackst du dich jetzt trotzdem hoch? Bist du dumm? Ich stack mich nicht hoch. Ich mache es immer noch so. Das musst du machen. Stimmt, ja. Äh. Äh. Jetzt hatte ich gerade das Junkie. Ich bin mal ein Stain. Hm. Seilf irgendeiner von den Minecraft-Experten. Ach, was, Alter. Bis das Video online ist, wissen wir eh schon, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Aber solche Sachen sollte man nicht nach... Also, so... Solche Fragen sollte man nicht an die Community stellen, Alter. Ja. Also, beim Let's Play erst recht nicht, weil man da halt 88 Jahre vor aufnimmt. Ja. Erstmal das und in den Kommentaren gibt es dann immer so Leute, die so tun, als ob es die Minecraft-Experten.de sind. Hm. Noch keine Ahnung, haben Probleme. Jetzt mal no joke, man hat perfekten Aussicht über die Map von der Insel hier. Das war eine richtig gute Idee. Hinten sitzt die Mobfarm. Bei dir auch so eine hästige Wolke drin? Ja, ja. Ne, bei mir nicht. Das ist an einer anderen Stelle. Da hinten ist die Mobfarm. Dann ist da, da hinten, U-Bahn zu Fabs House. Fabs House sehe ich leider nicht ganz. Tobias House, Junis House, Michaels House, Mein House. Rodex Trigger 88, zwei Häuser. Snipes House würde ich hier gerne zeigen, aber es wird halt niemals existieren, weil da ein trauler Wasser ist. Hä, guckst du dir doch an. Unteils schöner Turm von Melvin. Ja doch, da hinten sieht man ein bisschen was von Snipes House anfangen. Ich schwöre, komm her, wie viel ich gemacht habe. Naja, das sagen sie alle. Dann heißen sie Snipe und kiffen den ganzen Tag. So, ein Boot nach unten fahren. Ich schwöre dir, wenn du mich nochmal in dieser Folge umbringst. Ich hab dich nicht einmal umgebracht, Mann. Nein. Was schiebst du, Junge? Nein. Achso, Digga, deine Diahacke, ne? Ich schmeiß dir die runter. Auch mal. Habst du dir gewöhnt, ne? Hä, das ist nicht mein... Oder war die echt so voll? Wollt ihr kurz leben, danke. Ne? Ne, dann sieht man ja die IP. Ich nehme rein zufällig auf. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass mit dem ganzen Dreck und, ähm, Wolkenblöcken da dran, lass ich einfach so. Das sieht gut aus. Na, die Insel sieht wirklich sehr unlogisch aus, aber ich bin halt im Terraform nicht der Beste. Von daher bleibt die halt einfach so hässlich. Oh, die Erde ist schon zwei gewachsen. Erdes Gras. Krank. Zwei Blöcke sogar schon. Hast du ne Schaufel dabei? Mh, nein. Hm. So. Ich sehe mir wohl leider welche craften. Denkst du, die Plattform hier oben sollte das Haus werden? Ne. Das war das Einzige, was ich fantasieren konnte. Achso, okay. Das ist das Einzige, was ich sehe. Das ist das Einzige, was existiert. So funktioniert die Welt, nein. Eigentlich ja nicht, ne? Was ich nicht sehen kann, existiert nicht. Ach so. Aha. Ja. Ey, Patrick, es ist jetzt voll hier auf. Ja. Sind auch nur noch vier Minuten. Ich meine, wir haben ja jetzt auch nichts mehr zu tun. Jetzt muss nur noch das Gras wachsen. Ich mache jetzt noch die Drecksäulen hier weg. Aber es hat schon eine geile Idee mit dem Aufzug, Mann. Ja. Grüße gehen da auch raus an die DLP's Let's Play. Soll ich noch mehr Bäume oben auf der Insel wachsen lassen? Keine Ahnung. Also ich finde auf jeden Fall, dass es durch die Bäume natürlicher aussieht. Ja, ich tue in jeder Ecke einen Baum platzieren, okay. Das sieht ja mir auch natürlich aus. Dann mach ungerade Zahl drei. Das wird so ewig dauern, bis überall Erde drauf ist, ne? Das ist dir schon bewusst. Ja. Ich werde dir auch einfach, wie gesagt, bei Rändern lassen, Serien gucken, alles Mögliche. Ich stehe ja dann einfach mal rum. Und dein Ma'am. Dein Ma'am, okay. Das ist auch eine Aufnahme. Ich kann dich dafür anzeigen, du Arsch. Glaub das ruhig. Das dann kann ich auch nicht mal wegstrecken. Oh, Gemeinheit. Zorniger Bursche. Na, irgendwie glaube ich, das funktioniert nicht, aber naja. Was, meinst du mit der Erde? Mhm. Ich glaube schon. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das mal gesehen habe in der Noxplay. Ja, ich glaube auch, aber ich zweifle an der Minecraft-Version halt. Ja, das kann es halt echt sein. Ja, ich habe mal hier den Test gemacht, ob es über die Faxel, Faxel, Faxel 6. Würdest du überhaupt, hast du nicht deine gefackelt und hast das einfach gemacht? Ich könnte echt mal aufhören, dunkel zu sein, muss ich schon sagen. Ey, Digga, lass mal danach bitte direkt in die 1.6 updaten. So, dann welche Version willst du jetzt upgraden? Ich lasse die Community das entscheiden. Weil bis zu der Folge, bis zu der Folge werde ich eh nicht die Version updaten, weil warum auch? Ja, aber willst du die nächste aufnehmen? Bist du dumm? Was hat das mit der nächsten zu tun? Das sind jetzt vier Folgen. Wenn die vierte draußen ist, dann können die entscheiden. Danach mache ich noch das Geld schon. Oder wann kommt die erste Folge? Morgen. Ja, okay, dann geht's. Das ist verboten. Deswegen habe ich ja Pardon gesagt. Direkt Freundschaft beendet. Entschuldigung, nicht angenommen. Wegen kleinen Verständlichkeitsfehler. Ja? Ja. Ja, so unnatürlich sieht's doch gar nicht aus. Komm, schreib's in die Kommentare, damit ich mein Gewissen verbessern kann. Dankeschön. Irgendjemand hat meine ganzen Fackeln geklaut. Ich glaub keine. Ich glaub, da hat der Typ, der die geklaut hat, auch nicht lange gefackelt, oder? Ja gut, ich wende dann die Folge hier. Schreib bitte in die Kommentare, oder vielleicht mache ich auch ein Voting, mal gucken. Man weiß es noch nicht. Mach einfach auf dein Twitter ein Straw Pass. Ja, okay, das kann ich sogar machen. Und dann verlinke ich das halt hier in der Beschreibung, oder in den Kommentaren, oder Top-Kommentaren, oder was auch immer. Warum machst du es so schwer? Warum mache ich... Ach, nee. Warum nicht einfach YouTube-Abstimmung? Es gibt YouTube-Abstimmung? Ja. Ernsthaft? Hä? Jungs, Alter, ihr trollt doch, oder? Digga, als würde ich mich ansatzweise mit den neuen YouTube-Features auseinandersetzen. Also seitdem es eine Story in YouTube gibt... Neu? Neu? Bruder, das Feature gibt's safe schon seit zwei Jahren, oder so. Ja, Digga, YouTube-Stories gibt's auch schon seit einem Jahr. Benutzt die trotzdem jemand? Ich glaube nicht. Du bist so ein Arsch, ich werde sterben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Du Arschloch, Alter. Sei froh, dass du nicht gestorben bist. Äh, schade. Okay. Ähm, falls euch die Folge gefallen hat, lass ein Like und Kommentar da. Nö, nö, du bist ein Arsch. Schreibt, dass Melvin ein Junkie ist und, ähm, dass ich seine Freundin gefickt habe. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, der dummer Bastard. Komm her, ich rieche dich jetzt noch. Komm her, wo du siehst. Hallo, Mann. Ciao.